ja im endeffekt gibt es ja eigentlich jetzt zeige ich mal darum dass das grundlegende probleme ist dass er denkt dass ich wahrscheinlich entweder das nicht durchhalte oder wieder gehe so und ich muss ihm das einfach einprägen du kannst ja am montag kommen da gibt es dann auch kuchen von mir für mich lecker kuchen hätte ich jetzt auch gerne ich habe dann auch schon gute argumente parat dass ich nicht mehr vom jobcenter abhängig sein möchte dass ich was aus mir machen will und das so könnte man es gut in dem text zusammenfassen was ich will muss ich mir da so eine so eine memo einsprechen ins handy und dann mit dem airport was ich mir das dann durchsagen lassen während ich mit ihm rede ja hier dies das du wirst ja so weit weg rosen ich will den potter umdämpft haben unbedingt will ich den potter umdämpft haben bis jetzt ist gute hose oh ja weißt du spieler oder spieler achso jetzt sind zwei drei wo schnell herunter hier die rtp ok holo bis später ach komm bis später holo ja gehst du erst rein ein kong 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 hol den dir und der wohl aha rotel schmutziger ne hast nix ahaha oh ja oh yes hab ihm haa jahe der schnitt der schnitt der finger kommt halt einfach zuerst is so ne ich hab mich hat es doch getroffen aber ich hab wenigstens den eine indemniert dank bott botti komm ja schmutziger halter ach nö 1, 2, 1